Das kam aus der Nähe. Regen, 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 Regen. Du musst bei... ...bleiben, das geht nicht anders. Hey, Joseph. Geht's dir gut? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt... Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu! Ich hab keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich hab Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann's auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Und er wird stärker. Warte. Das gut. Nein. 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 Fuck. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ah! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Passed. Der. Sorgte Typ also. Sorgte Typ. 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 Sorgte Typ.